Willkommen bei Projekttrainer 65, heute ist Mittag 286, ich gebe euch in Basel auf dem Bafi und ich habe es heute mitgebracht. Sarah. Für Sarah zu tun, mitgebracht. Selin. Selin, auch mitgebracht. Isabel. Auch mitgebracht. Und wir haben uns noch nie vorher kennengelernt. Ich habe auch nichts abgemacht. Gau. Ähm, ich habe hier so Kärtchen. Wir machen etwas Spezielles mit dieser Kärtchen. Und zwar möchte ich, dass du hier vielleicht mal eine einfache geometrische Videobeschreibung hast. Darf es dir auch sehen? Kameras, darf es dir auch sehen? Kannst du ein bisschen näher? Nur eine, du kannst nicht bleiben. Ich darf es auch sehen. Ja, das ist vielleicht gerade. Aha. Irgendetwas. Irgendetwas. Und dann kannst du ja auch etwas Zeichnen, etwas Einfaches. Und wir brauchen noch mehr, kannst du auch noch etwas Zeichnen. Wir haben einfach ein Quadratkreis. Es wird sich nicht wiederholen. Moment, Moment. Auf das nächste Kärtchen. Ah, auf das nächste Kärtchen. Moment. Und es wird sich nicht wiederholen. Okay, jetzt haben wir eine Quadratdreieck. Quadratdreieck. Das ist ein Kreis. Jetzt haben wir auch ein Stern. Oder ein Herzchen. Und noch etwas. Ein Mund. Ja. Kommst du ein bisschen näher und zeigst uns mal, was wir hier haben? Okay, perfekt. Gut. Und ich schreibe auf das Kärtchen etwas Spezielles drauf. Dann machst du mal deine Gedanken ein wenig frei. Nicht so frei. Okay. Ähm. Nein. Ich glaube es ist ähm. Ja. Da ist es nicht enklauer. Genau. Da ist es entdecken. Nein? Sehr gut. Ja. Das haben wir vorher wiederholfen. Es ist sehr wiederholfen. Und hier ist etwas, was ich jetzt aufgeschrieben habe, und das geben wir mal unter die Flüsse. So, dass ich nicht mehr drauf bin. Das ist eine kleine Herrschaft. Gut. Und ähm... Die nehmen wir auch zurück. Und jetzt zeig ich es nochmal. Alle verschieden. Und ich falte es einmal so. So falte. Seht man die verschiedenen Symbole? Ja. Ich falte es einmal so. Und ich verteile es so. Das ist so da hinten. Du tarierst schon mal drei davon. Hättest du fast etwas anderes angemeldet? Du gehst deine rechte Hand auf... ...eins von dir. Und die linke des Abends. Du hast zufälligerweise den Kreis übrig gelegt. Behauptet. Du hast eins übrig gelegt. Und ich glaube, das ist der Kreis. Aber es ist nicht nur so. Aber es ist nicht nur so. Zeig das gerade einmal. Ist der Kreis? Nein, nein. Aber ich habe ja vorher einen Vorherzsack gemacht. Die ist unter deinem Fuss. Ja. Und noch nicht umdrehen. Wenn du uns noch nie kennengelernt vorgehst. Kannst du uns allen mal sagen, um welche Uhrzeit du geboren bist? Am 13 ab 2. Am 13 ab 2? Ich habe zwei Sachen auf das Kärtchen drüben. Ich bin nicht mehr draufgekommen. Nimmst du mal viel? Du dreist langsam um. Du kommst nicht drüben. Ich habe gesagt, du wählst nicht zu drüben. Ich habe gesagt, du wählst den Kreis. Und unten habe ich noch eine Uhrzeit hingeschrieben. 14 bis 13. Hey, nein. Was habt ihr gekauft? Am 13 ab 2. Auf Minuten genau. Hey, nein. Hey, nein. Hey, nein. Hey, nein. Stimmt. Hey, nein. Hey, nein. Das gibt es nicht. Wie geht das? Hey, voll öfter. Nein, voll wirklich jetzt. Nein. Ich habe alle voll geschockt. Ich habe alle voll geschockt. Hey, nein. Wir sind ein anderer Planeten. Eigentlich total faszinierend. Der Sprachloss. Der Sprachloss. Einfach auf der Unternehmensherstelle. Unglaublich. Ich bin froh. Ey, Wahnsinn. Nein, wirklich. Ey, übel. Nein, es ist wirklich mega. Es ist... Wahnsinn, wie du das machst. Es ist echt super. Ganz toll. Super. Zahle für dich ganz viele Mal. Wahnsinn. Wahnsinn. Wann ist das? Wir haben im nächsten Fall. Wie geht das? Ah, nur ich bin. Nein, wir haben heute eine Pause. Vielen Dank.